So, hallo und herzlich willkommen zu eurem Ohrwurm des Tages bei Monkey Island 2 Special Edition The Chuck's Revenge. Und der Ohrwurm des Tages, wie ich ihn soeben angekündigt habe, lautet... Schli, schna, schnappi, 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 schnapp. So, an der Stelle habe ich mich ausreichend geoutet, würde ich sagen. Ich habe mal kurz nachgedacht und mir überlegt, wo war ich denn noch nicht. Ich war hier, ich war hier, ich war dort und da komme ich eben. Ja, und wenn man dann so nachdenkt, wenn man sich überlegt, wo man denn noch nicht war, kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, rechts vom Schild. Ich war noch nicht rechts vom Schild. So, und da gehen wir jetzt hin. Auf diese Ansicht habe ich tatsächlich geerwartet. Ich glaube, bei dem Kartenmacher, bei Molly hängt so eine... Friedhof, Strand, Utik. Ah, da sind wir, alles klar. Halbinsel, Friedhof, Sumpf. Gut, ähm, da hängt eine Karte, die, glaube ich, Scab Island drauf hat. So, wir gehen erst mal zum Strand, wenn wir dann da hinkommen. Ja, wir kommen dürfen. Ein Stock. Ein Stock. Können wir den Stock an? Können wir den mitnehmen? Offensichtlich. Ah, ich nehme an, das ist dann hier. Können wir das mitnehmen? Ich kann das nicht abholen. Okay. Öffnen wir doch gleich mal die Tür. Was sagt denn das Schild? Okay. Hm, blöd. Dann sprechen wir doch mal Fink an. Und oder Bart. Wunderschön. Nice. Nice. Er ist zurück. Tell mir mal über diesen Largo-Gerchen. Ein zweimaler Fink. Er ist nichts, aber ein schweißer Weasel. Also, warum schickst du Largo nicht aus dem Island? Well, wir würden. Aber er war sehr nahe zu LeChuck. Aber LeChuck ist für immer wieder weg. Ich habe gehört, dass sie seinen Körper nicht gefunden haben. Das ist, weil ich ihn in 1000 Stück. Oh nein. Nicht diese Geschichte wieder. Ich habe damit nicht angefangen. Wie ist das Pirate-Biz? Horrible. Der Säler-Embargo hat alle Piraten geschlossen. Wir können uns nicht über unser Geschäft gehen. Einige von uns haben versucht, Piraten auf Land, aber es fühlt sich einfach nicht richtig. Ja, das können wir gut verstehen. Was ist das über ein Embargo? Ein Largo-Embargo. Well, es ist nicht wirklich ein Embargo. Es ist eine Strecke auf Schäden, die kommen oder gehen. Aber es ist eine große Strecke, die kein Kapitän auf dieser Island kann erzielen. Inkl. Dredd. Das verdammte Largo weiß nicht, wann zu stoppen. Er kann nicht mehr von uns ausnehmen, als wir haben. So, das Schiff kann ich chartern bei dieser Kate? Kate, glaube ich. Du musst auf den tiefsten Seite des Islandes gehen. Und da, du möchtest einen Mann namens... Kapitän Dredd. Yikes. Das klingt enttäuschend. Nicht wirklich, wenn du ihn kennst. Natürlich, du kannst dich nicht woher, bis Largo seine Säler-Embargo lebt. Hm. So, es sind noch Schwarzmascheln. Marshmallows? Wir haben keine Marshmallows. Was ist das weiße Puppe-Tag auf dem Ende des Hauses? Es ist die Strecke, die unter meinen iPads. Wir werden es nur sterilisieren. Wir sind Piraten, Guybrush. Nicht die Mädelskäuze. Großartig, ich liebe dieses Spiel. Do you guys know any pirate-y songs? Sure. Fink here knows a million. Go ahead, Fink. Sing that one about Scab Island. Oh, all right. Well, I'd rather be a pirate on Scab than a scab on a pirate. And if you listen to me gab, I'll tell you why I admire it. Oh, the people are too friendly. The weather's not the best. The lodging's too expensive and Largo's quite a pest. But the thing I like about Scab is what it hasn't got. No mayor or police force. I know a tale, in which to ride. That was beautiful. Den lassen wir nicht noch mal singen. So, ähm. Ich wähl's mal aus. Einfach nur, um zu singen, was passiert. Okay, wir wollen nicht noch mal singen lassen, oder? Well, wir verabschieden uns. We'll see you salty dogs later. It reminds me. Do we have any Wieners left? Okay. Wie wir rausgefunden haben, wissen nix. Terrain zum heißen Würstchen. Ja, gut. Das ist Tür. Tür kann ich nicht aufmachen. Ich kann mal gucken. Hm, ich will nicht das polischen. Hm, schade. Hätte mich jetzt schon irgendwie interessiert. Ein polises Stöckchen. Okay. Zurück zum Weg. So. Sumpf hört sich unglaublich verlockend an, würde ich sagen. Hm. International House of Mojo. International House of Mojo. Ja. Betrag zum Sumpf. Looks murky. Gar nicht Sumpf nehmen. Ich will es nicht mit meinen Händen touchen. Hm. Okay. Ich hab hier viel Sumpf. Fliesermäuse da sind egal. Oh, ich hab's arg. Schade, aber wahrscheinlich seaworthy. Ich will es nicht aus dem Wasser holen. Es wird vielleicht mit Jellifischen und schwampischen Parasiten. Okay. Aber ich setz mich rein. Okay. Na, schauen wir doch mal, wo wir hinkommen. Ich wollte schon immer mal in einen unheimlichen Sumpf mit einem Sarg bestarken. Und grüne Lichter dabei sehen, umgeben von... Haaah. Ihr wisst auch, wenn wir jetzt hier treffen, ne? Kann man die... Äh? Schade. Ich wollte den noch gern betrachten. Hm. Es scheint, wie ein Yo-Yo-String. Falls ich ihn mal verlieren sollte. Falls ich ihn mal verlieren sollte. Falls ich ihn mal verlieren sollte. Ich will es nur ein bisschen. Hm. Ha! Displaymodel. Es scheint, dass wir auf die Tafel geblieben sind. Das ist wie die Fondationen des Voodoo-Quarterl. Goldene Tongue. Der 5-Jährige-Treatmentplan, der hilft, dass du mit Frauen sprechen. Skinktoe. Skinktoe. Wart-Ramover. Bat-Wax. Spider-Lungs. Nein, danke. Ich brauche das. Ich fühle mich schlecht für die Spiders. Tender Touch Pirate Powder. Bezüglich Stump-Chafing und Eyepatch-Rash. Hm. Nein, danke. Ich brauche das. Ich habe keine Eyepatch-Rash-Rash-Rash-Rash-Rash-Rash-Rash. Ich glaube, ich bin nicht qualifiziert, sie zu handeln. Und in der Fall. Sie sind gross. Ich glaube, ich bin nicht qualifiziert, sie zu handeln. Und in der Fall. Sie sind gross. Nein. Das ist viel zu technisch für mich. Ich glaube, dass es egal, wo wir da hinklicken, kommt es auch selber raus. So, wie können wir denn in Sarg oder vermutlich hier weiter nach rechts. Ha, da ist sie. Oh mein. Ah, wir oft vergessen die Leute, die uns am meisten helfen. Wir wissen. Es war ich, die dir wie zu tun, wie zu tun mit Lechuk. Nein. Ich habe dir, wie zu finden, die Voodoo Antiroute. Und wie zu machen, die in die Powerful Ghost-Dissolving Potion, die du brauchst. Oh, ja, jetzt bin ich erinnert. Gedächtnis wie ein, äh, naja. Sag mir mal über diesen Largo-Günen. Er ist ein schweckes kleiner Mann, der diese ganze Isle umgekehrt. Die meisten Menschen sind Angst vor ihm, weil er damals Lechuks' rechten Mann war. Ja, aber Lechuks' Geschichte. Ich habe ihn selbst ausgeholt. Verrückliche Schmerzen kann nie komplett komplett verletzt werden. Du wirst es sehen. Äh, den es guckt, also uns anguckt in die Kamera oder eben zu Skybrush. Oder gib mir das so. Also ich meine, sie hier. Hier sieht es ja halt doch etwas kräftiger aus im Gesicht. Und wenn sie uns direkt anguckt, musst du mal drauf achten. Dann sieht dir so ein bisschen anders aus. So, fragen wir dir halt mal. Brav oder stupid? Hm. Was wollen wir denn von mir? Are you willing to help me make one? Uh, maybe. To make it work, you need to bring me some personal artifacts of the victim. One from each of the four basic voodoo groups. Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Hey, that almost rhymes. For the thread, I need a piece of Largo's clothing and a lock of hair will do for the head. Bring me a sample of fluid from his body and from his dead relatives. You must acquire some remnant of a corpse. Here, take the shopping list. Thanks. Easy enough. Man, man, man. Ich wette, wenn du jetzt zurückgehend, ist es nicht mehr da. Back again, Mr. Threepwood. Uh, I'd like to have my fortune read. I see a hard road for you, Guybrush. Things didn't get easy for you when you defeated Luchuck, did they? People only wanted more. You had to keep proving yourself over and over. The pressure kept mounting until you lost it all. Your fame, your fortune, the one you love. Okay, that's enough. Yeah, yeah. Um, yeah. How's business? Very good. Many Hexes this week. Saved many people from the evil eye. Made many pieces of eight. Although Largo took most of them. Hm. Na gut. Well, that's enough Voodoo for me. Bye. So be it. Aber jetzt ist sie gleich weg. Nein, auch nicht. Back again, Mr. Threepwood. Ne, ich geh wieder. So. Well, that's enough Voodoo for me. Hüpfen wir in den Sarg. Bye. Kann ich nicht. Also eine hübsche Hütte. Wer hätte nicht gern so eine Hütte? So. Mitten im Sumpf. Küste. Na ja, hab ich jetzt Ufer genannt. Komische Übersetzung. Aber gut. Weiter geht's. Wir erkunden weiter die Insel. Und gehen zum Friedhof damit. Hm. Ich möchte mal sagen, am Friedhof kriegen wir wohl sterbliche Überreste von Lagos Verbanden. Gruft. Grafsteine, Kreuze. Nomei, Grufts. Okay, fangen wir hier an. Hm. Warnung. Quarantin-Tomb. Inhabitanten died of green-tongue fever. It looks like it's been sealed shut. But then again, why would I want to go in there? Hm, stimmt eigentlich. Schauen wir mal, ob Kreuze gleich Kreuze sind. Okay. Okay, was this- Was this in? Okay. Okay, Stan kennen wir ja. Der hat uns ein Schiff verkauft. Die Quagmire, keine Zerstörung. Stan's cozy crypt. Ein Ort, um die Eternatung zu spenden, nicht eine Furchtung. Die Ricketts, keine Zerstörung. Die Grouts, keine Zerstörung. Hier liegen die Gordo-Brothers. Zu groß für jedes Schiff. Ich hoffe, die Erde kann sie behalten. Hier liegen die Gordo-Brothers. Zu groß für jedes Schiff. Ich hoffe, die Erde kann sie behalten. Diese Spiele sind für unsere priviligetigen Kundenkunden. Okay. Die Grave der Unkwennung Piraten. Die Grave der Unkwennung Cabin-Voy. Die Grave der Unkwennung Drunk-Guy, die wir in der Zwischenzeit befinden, in seiner eigenen Vomit auf der Beach. Nice. Okay, ich glaube, hier bin ich irgendwie richtiger. Marco Largo-Lagrande. Hell on sea or sand. The good news is, he's dead. The bad news is, he bread. There once was a girl named Carrie, who thought that she soon should marry. She went into town and flirted around. She didn't get wed, she got buried. Okay, auf Deutsch kommt sowas irgendwie echt nicht cool. No man commanded John-Louise. Not on land and not on water. John did whatever he did, please. Until he kissed the gunner's daughter. Here lies Daredevil Jim McDow. Hand of steel, leg of wood. Jim took every risk he could. A life of action. That was Jim's. Too bad he ran out of limbs. Das ist doch die Folge für, für Valkyrie, würde ich sagen. Sehr viele Gedichte. Ja, gut, ähm, also, nein, ähm, ich würde sagen, wir benutzen mal die Schaufel auf Grab. Das ist ein schreckliches Gefühl. Das muss so sein. Also ausgerechnet dann Donner und so. Ich habe einen Knochen gefunden. Konzeptkunst freigeschalten haben wir. Session. Ähm. Einen Knochen. Genau. So, ja, wunderbar. Dann sind wir hier wohl fertig, würde ich sagen. Im Moment. Ich bin fast ein bisschen verwirrt. Es geht alles so schnell und einfach. Da steht doch was nicht. Aber gut. Moment. 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 Es ist mit einem großen, russischen Lock. Sieht aus, wie es sich veröffentlicht wurde. Sieht aus, wie es sich veröffentlicht wurde. Ich behaupte mal, dass wir den Faden von der Kleidung bekommen, wenn wir diesen Abholschein dann bei dem Wäschehanselnd abgeben. So, hier finden wir bestimmt... Captain Dread. Captain Dread hieße... Es sagt, und ich schreibe, Captain Dreads Schiffscharter. 20 Stücke von 8. Insofern. Da geht es dann auch nur zurück, ne? Ja. Na gut, schauen wir mal. Ja gut, hätte man den Weg noch ein bisschen blöder machen können. Mit Sicherheit. Okay, das ist wohl dann Captain Dread. Und ich hab hier ne Kabinentür und hier war noch was. Also. Also ich hab ne Kabinentür und Captain Dread. Bist du Captain Dread? Ja man, ich bin Captain Dread. Was kann ich für dich tun? Ich brauche ein Schiff. Ich kann nicht schreien auf mein Schiff, weil... Einmal vorhin, habe ich meine Glückwunsch in der Kleidung verloren verloren. Ich nannte es... Mein Eid, der hat die Welt gesehen. Ich kann nicht ohne ihn fahren? Kein Weg, Mann. Besonders... Das wunderschöne Mann, Lago. Er hat ein Embargo an der Isle. Kein Schiff kann in oder aus sein, ohne seine Verpflichtung. Kein Weg, würde er mich verlassen lassen. Okay, das ist äh... Ich hab so ne Ahnung, was diese Halskette sein soll. Danke, Mann. Ich erzähle mich mehr über die Kleidung, die du verloren hast. Es passiert ein paar Jahre später. Mein Navigator und ich sind auf diese legendäre Isle. Als wir gekommen sind, sind wir von Cannibals getötet. Ich bin weg, Mann. Aber mein Navigator war nicht so glücklich. Alles, was ich gefunden habe war, war eine seiner Halskette. Und ich habe es für eine gute Glückwunschung. Ich glaube, den haben wir schon tatsächlich gesehen. Aber... Ähm... Mein erster Gedanke war falsch, glaube ich. Wie ich schon gesagt habe, Mann. Ich habe meine Glückwunschung verloren. Ich habe die Welt-Sail-Näklaze gesehen. Außerdem... Lago hat ein Embargo an der Isle. Okay. Ich muss gehen. Aber wir sind uns trotzdem. Okay. Bye, Mann. Komm mal wieder. Bye, Mann. Nein, du gehst jetzt wieder rein. Würdest du meinen Monocle gefallen? Danke, Mann. Das wird nur gut für meine Glückwunschung. Oh! Der Gedanke war doch richtig. Okay. Wir haben keinen Monocle mehr, oder? Komm wieder. Wir sind das Monocle los. Zeit haben wir auch reichlich verbundelt. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ich wünsche einen wunderschönen Morgen, Tag, Abend, Nacht. Was auch mal gerade für euch das Richtige ist. In jedem Fall. Servus, Pfiatzeich. Und habe die Ehre.